Hallo ihr Wrestling-Verrückten da draußen! In fast einer Woche ist es wieder soweit, die GWP veranstaltet wieder! Die GWP ist die German Wrestling Promotion, eine deutsche Wrestling Promotion, die euch nicht nur mit Europas besten Wrestlern begeistern kann, sondern auch noch den ein oder anderen amerikanischen Fly-In zu bieten hat. Und genau das ist das Stichwort für die kommende Show GWP Focus on Optimum 2. Denn wir haben diesmal nach langer Zeit mal wieder gleich zwei unglaubliche Fly-Ins zu bieten. Zum einen haben wir den Meeple Leaf Muscle Mr. Canadian Destroyer Petey Williams, den ihr alle von TNA Total Nonstop Action kennen solltet. Dieser hätte eigentlich ein Match gegen Domi End haben sollen, dieser ist leider ausgefallen. Deswegen wird noch ein Herausforderer für Petey Williams aktuell gesucht, aber alleine, dass er da ist, ist doch schon mal was wert. Und im Main Event bekommt es unser GWP World Heavyweight Champion Absolute Andy mit dem, obwohl er kürzlich erst wieder bei TNA aufgetreten ist, Monster Bobby Lashley zu tun. Ganz recht, wir haben im Main Event von Focus on Optimum 2 Absolute Andy gegen Bobby Lashley. Der Mann, der damals mit Trump gegen Vince McMahon gewann, um Vince McMahon bei WrestleMania 23 die Haare, den Kopf kalt zu rasieren. Dieser Mann trifft auf Absolute Andy im Main Event um den GWP World Heavyweight Title. Alleine diese zwei Ankündigungen sind schon fast ihr Eintrittsgeld wert, aber wir haben ja selbstverständlich auch noch das Wrestling Corner DE Championship Match zwischen Sascha Cain und Dean Jasmine. Und wo wir gerade beim Wrestling Corner DE Championship sind, genau bei dieser Veranstaltung wird auch direkt der nächste Herausforderer auf den Titel gesucht. Und zwar in einem Fatal 4-Way Match. Dort trifft der Wiederkehrer Doug Williams auf The Turkish Wrestling Machine, Murat Bosporus, Mr. Wrestling 5 und To Be Announced. Noch ein geheimer Mann, das wird also ein Fatal 4-Way Match um den Number One Contender Spot auf den Wrestling Corner DE Championship. Zwei Titel Matches reichen euch nicht? Gut! Gibt es noch ein drittes, nämlich das Dragon Hearts Championship Match. Johnny Storm muss seinen Titel verteidigen und zwar gegen den It-Boy Ken Floyd und Johann Schuster. Also ein Triple Threat Match. Außerdem haben wir noch das Aerial Explosion 4-Match, das Battle of the Shooting Star Press zwischen Blaze und Mark Andrews. Und außerdem haben wir selbstverständlich noch all die alten Charaktere dabei. Red Rage, Farmer Joe, also es wird eine vollgepackte geile Show, zu der ich euch nur empfehlen kann zu kommen. Am 3.5., also übernächsten Samstag, findet die Show bereits wie immer in der Mehrzweckhalle in Rot statt. Und nicht nur top bekannte Wrestler werden vor Ort sein, sondern selbstverständlich auch wieder Olli und ich. Wir werden die ganze Sache wieder live vor Ort vor dem Ring kommentieren. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit uns zu treffen. Das Ganze findet ja eben auch mit einem Meet & Greet statt. Das bedeutet, ihr könnt euch eine Stunde lang von den Wrestlern, von uns, Autogramme, Fotos, was ihr euch wünscht holen. Also wirklich das Beste, was man sich für eine Euro-Show noch wünschen kann. Wenn ihr also irgendwie in der Nähe von Rot, Nürnberg oder so wohnt oder vielleicht eine billige Busverbindung einfach dorthin findet, dann schlagt zu. Tickets gibt es unten in der Videobeschreibung. Die sind eigentlich ja schon sehr billig, aber ich wäre nicht euer Wolf, wenn ich da nicht noch ein Special Package hätte. Denn wenn ihr euch eine Karte oder auch eine DVD kauft, dann könnt ihr einen Gutscheincode eingeben. Und wenn ihr da meinen Namen eintragt, also einfach Vulvarus, dann spart ihr euch ganze 5 Euro. Das heißt, das Ticket wird noch einmal 5 Euro billiger. Das heißt, ihr könnt bereits für wenige Euro schon in der 5. oder 6. Reihe sitzen. Das ist wirklich ein Traum eines jeden Wrestling-Fans. Ich kann euch nur empfehlen, schaut es euch mal an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und wenn ihr irgendwie nicht so vertraut mit der Euro-Szene seid und nicht wisst, ja, lohnt sich da vielleicht eine Fahrt überhaupt hin, dann, wie wär's, kauft euch mal eine DVD von der Veranstaltung. Ich habe sie ja live mit euch kommentiert. Zum Beispiel, ich kann sehr empfehlen, Spring Explosion. Diese DVD hier, Spring Explosion, der Main Event zwischen Absolute Andy und Bad Bones, Champion vs. Champion Mitch. Ich kann euch nur sagen, ich bin bei diesem Main Event völlig ausgeflippt. Und ihr hört es ja, weil ich ja den Event live kommentiere. Diese DVD kostet eigentlich 14,99 Euro. Aber wenn ihr den Gutscheincode Vulvarus eingibt, dann kostet sie nur noch 9,99 Euro. Ihr kriegt eine komplette Show für 9,99 Euro. Also, das ist doch mal was. Guckt euch das doch mal an. Vielleicht kommt ihr dann auch auf den Geschmack. Seht mal, was im deutschen Wrestling-Bereich auch alles möglich ist. Denn das ist teilweise auch wirklich besser als das, was ihr wahrscheinlich aktuell im Fernsehen von TNA oder WWE seht. Glaubt's mir. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht nächste Woche am 3.5. in Rot sehen. Und wenn nicht, dann schaut euch doch einfach mal was an und sagt mir vielleicht auch eure Meinung. Denn es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wir durch euer Feedback die Shows verbessern können. Das war's von meiner Seite aus. Vielleicht bis nächste Woche. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Haut rein!